Gut, ich habe eine kurze Pause gemacht. In der Zwischenzeit wurde hier wieder eine Quest aufgeploppt, bei Nacht verschleppt. Ich wusste ja, dass wir da runter noch müssen, deswegen fliegen wir jetzt auch da runter, gucken was wir da machen müssen. Ich glaube da war irgendwas für die, ähm, wie heißt das, von den Zwergen, diese Ausgrabungen. Ich weiß es nicht mehr, bei Nacht verschleppt. Hier drüben, genau. So, Basislager der Schatari. Bei Nacht verschleppt. Speer Nafri möchte, dass ihr zum Nederweberkamm reißt und sechs eingesponnene Verteidiger der Schatari befreit. Hier drüben, ein unangemessenes Begräbnis. Das Kommandant Ravai beim Basislager der Schatari in der Knochenwüste der Wälder von Terorka möchte, dass er acht getötete Kämpfer der Ausgenei und acht getötete Verteidiger der Schatari verbrennt. Wer denkt sich solche Quest-Texte aus? Oran möchte, dass ihr nach Osten zur herrnlosen Karawane reist und das Schreckensrelikt besorgt. Machen wir doch. Wo ist noch eine? Hier vorne. Forscherlicher, genau. Begleitet Lethal und seine Gruppe und beschützt sie, während sie ihre Ausgrabung durchführen. Machen wir eure Reisen sicher sein. Ja, dann mach mal los. Ich muss euch folgen. Ich glaube, das ist es Eddern mit den meisten Begleitquests gewesen. Wir müssen hier nach links. Ich muss näher ran. Auch Leute. Einmal hier hoch und gut ist. Ich weiß nicht, kam da dann so ein Riesenwurm raus? Schreckensrelikt. Leichtnahme verbrannt. Hier Schreckensrelikt und hier drüben die anderen befreien. Das ist zu weit entfernt. So, anfangen zu graben, bitte. Jetzt sofort. Das ist ein Riesenwurm. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. 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 Nicht draufhauen. Nicht draufhauen. Na komm. Ja, mach. Ja, hier kommt der komische Wurm. Ich habe kein Ziel. Sehr schön. Abgeschlossen. Abgeben. Vier Minuten gebraucht. Für diese blöde Quest hier. Beenden. Stampfen. Zwergovic beim Basislager der Schatari in der Knochenwühle möchte, dass sie eben acht Kadaver eines ausgewachsenen Knochenwühlers bringt. Dazu müssen wir weiter nach hinten. Wir müssen jetzt erstmal hier Leichname verbrennen. Da drüben liegen drei. Das ist auch sehr schön. Verteidiger, Kämpfer. Also Kämpfer brauchen wir danach keine mehr. Doch, wir brauchen immer noch vier. Von den Verteidigern brauchen wir nur noch einen. Ähm. Kämpfer. Drei Stück noch. Eins, zwei, drei. Und Eins, zwei, drei. Und schon ist es vorbei. Super. So, zwei. Schreckensrelikt. Das ist hier vorne. Auf dem Wagen. Oder vor dem Wagen. So, das haben wir. Ähm. Hier müssen wir jetzt diese Grollhufe killen. Und bei den Grollhufen müssen wir dann... Hallo. Müssen wir dann die Trommel aktivieren. Was natürlich auch nervig ist, weil es eine ewig lange Abklingzeit hat. Und vor allem Kadaver eines ausgewachsenen Knochenwühlers. Acht Stück. Ach, den hier vorne haben wir gar nicht geplündert. Also, ich kann das ja mal zeigen. Ne, wir können hier sogar aktivieren. War das nicht... Hä? Ich hab gedacht, wir müssten das hier in der Nähe von so einem toten Grollhuf machen. Lädt immer noch auf. Ist noch nicht bereit. Hm. Ja, weil halt auch in dem Gebiet hier die ganzen Grollhufe waren. Haben sie das auch geändert. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Weil ich glaube wirklich, früher musstest du diese Grollhufe... Boah, Entschuldigung. Ich hab ein bisschen Schluck auf. Diese Grollhufe killen. Und direkt bei den Grollhufen musste man... Ähm, die Trommel aktivieren, dass so ein Wurm rauskam. Hm. Also ein Knochenwühler. Ich muss näher ran. So, damit hätten wir gleich den letzten. Sehr schön. Gut. Die Quest ist auch beendet. Hier drüben kriegen wir noch eine Quest. Für die Gefallenen. Verteidiger heilen möchte, dass sie 20 Schreckenswidmen tötet... Und danach zu dem West-Licht des Niederweberkampfs zurückkehrt. So, dazu müssen wir hier rüber. Hier müssen wir ja eh hin. Und hier die Opfer. Das ist halt wieder so ein Zufallsding. Entweder es ist einer drin, den wir befreien müssen. Oder es ist ein Gegner drin. Ist auch gut. Drei befreit, drei Gegner. So muss das sein. Genau. Da, der erste. Toll. Hört man den Sarkasmus raus? Ich hoffe es. Ja, dieser Wald ist auch nervig. Sehr nervig. Das ist zu weit entfernt. So, und nun? Ich bin außer Reichweite. Was brauchen wir denn jetzt noch? Vier Spinnen und einen zum Befreien. Na, sehr schön. Erste Quest ist fertig. Da müssen wir jetzt nur noch gucken, wo die blöden restlichen Spinnen sind. Ja, wenn nicht, fliegen wir schnell hier hoch. Weil da oben sind nämlich auch noch Spinnen. Da können wir die nämlich auch erstmal killen. Weil die Spinnen müssen wir auf jeden Fall als erstes machen, weil wir dann noch die Quest für so eine Boss-Spinne, nenne ich es jetzt, einfach mal kriegen. So, da ist die letzte. Gut. Können wir die auch direkt abgeben. Weil ich glaube, danach haben wir, kriegen wir dann die Quest, dass wir die Boss-Spinne da killen sollen. So, beenden. Verteidiger heilen möchte, dass ihr Terokantula tötet. So, die ist nämlich auch wieder hier. Die ist nämlich hier oben. Da oben ist er. So. Das war es auch schon. Ist halt teilweise blöd, dass in manchen Gebieten gar nicht so viele Mobs sind, wie man killen soll. Wir hätten jetzt hier auf Respawn warten müssen. Verteidiger heilen möchte, dass ihr zum Basislager der Schatari in die Knochenmüsse zurückkehrt und mit Speeren-Navrin sprecht. Machen wir. Machen wir. Entschuldigung. Ach ja. Ja, nach der Folge muss ich mal gucken, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Weil ich habe irgendwas ausgerechnet von wegen... Moment, ich kann es ja mal mit euch zusammen ausrechnen gleich. So, also für diese Woche habe ich schon komplett hochgeladen. Und für die nächste Woche. Also, bis wir den neuen Raid machen. Hier, Schlacht von Dazar Alor. Hätten wir dann 7, 14, 21, 28 Folgen brauchen wir insgesamt. Äh, 3 Folgen hatte ich, glaube ich, schon fertig. Dann 6 hatte ich mit dem neuen... Mit der neuen Kriegskampagne gemacht. Und... Äh... Das heißt, 22 brauchen wir noch. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei 13 Folgen. Müssen wir dann mal gucken. So, beenden. Beenden. Wir brauchen einen Helden. Kommandant Ravai beim Basislager möchte, dass ihr 12 Initianten der Ausschnei und 5 Verdammnisverkünder der Ausschnei tötet. Erinnert euch an die Leerung durch den Kopf. Der große Knochenwurm. Zwergoviz beim Basislager möchte, dass ihr ihm riesige Knochenwurmorgane bringt. Bringt auch den Stampfer zu ihm zurück. Hier drüben haben wir noch eine. Das Böse rückt näher. Äh... Oha Kuhn möchte, dass ihr das Schreckensrelikt zum gequälten Hügel bringt. Tötet dort die Todessprecher und Verdammnisverkünder der Ausschnei, um 20 Verdammnisschädel zu sammeln. Sucht danach den Beschwörungskreis des gequälten Hügels auf und benutzt das Schreckensrelikt, um Teribus den Verfluchten zu beschwören und zu vernichten. Alter, Späck. Jürgen eure Tage lang. Das machen wir erst morgen. Verschwörung. Verschwörung.